und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde ghost of tsushima nein groß war ja tokio ich glaube ich habe die letzten male schon ein paar mal groß auf zudem gewalt ist ein hundefutter wieder einkaufen so und jetzt bin ich weiter von der lichtsäule entfernt als ich es eigentlich vorher schon war danke da ist eine katze da unten dann jeder aber der weise um sind noch geister so und nicht anders mitkommen auf dem gebäude da sind es auch in der gasse wow und wieder ein level ab so welches gebäude das allerdings da oben und hier sind geister da unten sind geister da drüben sind auch geister da oben war eine winkelkatze und hier ist nebel da komme ich eigentlich nicht hoch aber da links rechtskönig hochkommt da komme ich nicht hoch das hat gerade gereicht das blubbert hier denn so eklig vor sich hin aber vielleicht komme ich von hier aus darüber 12 scheiße mit drei sekunden gleichzeitig hätte ich es vielleicht schaffen können aber gut wir müssen ja sowieso mal wieder in richtung hauptgeschehen aufbrechen deswegen nutze ich das jetzt mal als anlass um fertigkeiten zu verteilen das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt wenn ich im nahkampf gegen gegner stehe und die keine auf die brenzlige situation ist bloß nicht zu nah an nebel da oben und die naja das nebel ja dann kann es warten ja komm morsi morsi 1 piki oka mi na ta niin no karada naaka ni ozama en dar en anata jana anata no nakano kare ni Ich weiß nicht, was ich sagen. Rinko, wie wir uns beide verletzten. Es ist egal. Aber es war gut. Die Flüge der Flüge ist in der Zentrum der Zentrum der Bühne. Hä? Was ist das? So, aber ich nutze gleich mal die Umstände und gebe mal wieder ein paar Katagiro ab. Dann haben wir noch eine Mauze Katz, direkt tief in die Tasche. Ja, das hätte es wohl gett. Na, ich habe es nur gesehen. Dann habe ich gesehen, oh, das ist mit Fisch gefüllt. Beziehungsweise mit Tintenfisch. Fand ich dann nicht mehr so geil. Nach drin. Ähm, wobei ich mir dachte, hey, komm, in den Teig kann man doch auch so Nutella zum Beispiel reinmachen. Klopapier. Kodama. Ähm, weil ich denke mit Nutella kämen das auch richtig gut. Das sieht aus wie so ein Plinsteig. Und da Nutella rein, ich glaube das wäre richtig gut. Also ja, ich hätte echt Bock mal Takoyaki zu machen, aber eben mit was Süßem gefüllt. Wobei ich auch echt mal eine Chance geben würde. Dann will ich mal reinhauen. Ja, vielen Dank. Zu dir komme ich auch noch. Ja, ich kumme mich gleich um dich. Der Hund ist wichtiger. Der ist süß. Danke für das Futter. Oh man, das ist ja zu gut. 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 So, Neemission beginnt, missliche Lage. Ich musste gerade mal wieder meine Mutter reinlassen, weil wohl mal wieder jemand seinen Schlüssel vergessen hat. Ist hier jemand, der rein scheißt? Oh, das ist... Ich glaube, dass ich mich sehr schlafen habe. Ah! Ah! Entschuldigung, ich habe noch ein paar Fragen. Du bist, wie lange ich meine Mutter benutze? Ok, ok. Ich werde es nicht mehr schlafen. da ist keins wir sind haushaltsgegenstände und ganz ehrlich die dango die ich auf dem klo finde würde ich am liebsten nicht essen was haben japanische spiele mit männern auf dem klo oder geistern auf dem klo die klopapier brauchten ist ein selder auch so japan ist wird das war glaube ich in selder majoras mask und skyward sword dass du den klo geist hast der klopapier braucht in den majoras mask glaube ich eine karte in der hand drückst also scheiß absperrung wie weit geht es noch hoch hier und fast da drüben am tower angekommen ist hier vorhin der tokyo tor zu sehen dass da ist der tokyo tor oder da ist ein tengu schon wieder was sind das hier vergessen eigentlich ich wollte geradezu der lichtsäule dort segeln aber ich glaube das wäre nicht gut gut da unten sind geister da ist ein tengu da ist auch noch ein tengu und da auch auch zu schreien da ist ein stuhl also und dass der park mit den kirschblühen sich gerade befreit habe ruhiges geld dann gehen wir mal wieder in richtung haupt mission das sind geister das ist mir gut du kleine fellnase danke mister aber auch gar nichts gefüttert Oh. Mach hin! Oh. Oh. I don't know what I'm saying. Oh. 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 Das war's für heute. Alles hallo? Wasp, 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 Oh lord. Yakiako sind Ansammlungen von Besuchern, durch die du in eine andere Dimension gelangst, wenn du auf sie triffst. Wenn du alle Besucher besiegst, kehrst du zusammen mit allen Geistern, die sie gefangen hielt, nach Shibuya zurück. Ach Glück, das war Können. Und du warst der Hund, den ich gerade gefüttert habe. Ups. Kommt das Geld so auch zu mir? Ne. Muss tatsächlich in relativer Nähe dazu sein. Ein Schuss gratis. Eine Wahnsinn ist nicht. Okay. Aber du hast keine Wahn, die mich interessieren. Was ist Wahrzeichen Sengoku Saka? Was das für ein Wahrzeichen ist? Gut. Aber bevor ich mich hier wieder verkaspere in Nebensächlichkeiten, beende ich die Folge an der Stelle mal wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. 1 2 3 4 5 5 6 6 8 5 7